Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Viele von euch haben mir geschrieben, dass dieses Jahr wohl der Style Warner Adventskalender deren absoluter Favorit sein soll. Deswegen schauen wir mal zusammen rein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diesen Inhalt mal zu erkunden, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich veröffentliche dieses Video zum zweiten Launch, denn jetzt ist er wieder verfügbar und ihr könnt auf den Adventskalender wohl 22% sparen mit dem Code INF10Claudi. Die sind immer super abgefahren bei Style Warner. Das ist einer, der kostet normalerweise 205,99 Euro. Mit meinem Code kostet der dann entsprechend 160 Euro irgendwas, habe ich vergessen mir aufzuschreiben. Genau, finde ich schon mal ganz nice. Wir werden aber mal gucken, was ist das für ein Preis-Leistungsverhältnis. Und ja, von außen wunderschön, mag ich gerne leiden, dieses rosa. Und dann haben wir noch, ja, so etwas schimmerrosa, die Verpackung. Also es sieht schon schön aus. Kann man nicht anders sagen, mag ich sehr gerne leiden. Und von innen haben wir dann, upsala, einen Schuflädchen-Adventskalender, der wirklich hübsch aussieht. Let's find your beautiful self this holiday. Ach so, und solltest auch nur ein Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Und alle, die schon ein paar Tage länger dabei sind, wissen, dass wenn ich etwas in PR zugeschickt bekomme, ich super gerne auch eine Verlosung machen möchte. Und zwar möchte ich in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Jetzt möchten wir aber mal da reingucken, oder? Stylvana ist ja K-Beauty. Die haben ja auch so einen Online-Shop und da kann ich mir dann die Preise entsprechend raussuchen. Wir starten hier am 1. Dezember. Wir haben hier auf jeden Fall rosanes Krüppelpapier drin und ein großes, schweres Produkt. Das finde ich toll. Oh, von Ionique. Eine Marke, die ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen habe. Centella Bubble Cleansing Foam. Ja, 69% von diesem Centella Asiatica Wasser, Blattwasser, genau. Und da sind 150ml drin. Für mich ist es der zweite Schritt vom Double Cleansing und Centella Asiatica reden. Beruhigt einfach auch so ein bisschen die Haut. Finde ich sehr, sehr toll. Sehr, sehr toll. Und du kannst den Adventskalender halt super auch weiterverwenden, weil der jetzt hier von den Boxen her jetzt nicht irgendwie gebrandet ist. Da stehen keine Inhaltsstoffe oder so drauf, ne? Ja gut, um den Adventskalender drumherum schon, aber das ist okay. Der zweite Dezember. Also die Boxen sind gut gefüllt, ganz offensichtlich, ne? Hier habe ich etwas drin und zwar das PHA Resurfacing Glow Peel. Ein PHA Peeling. Hier ein Video über Peelings, wenn ihr möchtet. Und 10% PHA aus dem Papaya-Fruchtextrakt sind hier drin. Und aus dem Gurkenfruchtextrakt. Ich weiß jetzt gerade nicht, von welcher Marke das ist. Ist das Axis Minus Y. Das sagt mir nämlich erstmal nichts. Hier steht auch relativ viel auf koreanisch drauf. Ist ja auch K-Beauty, ne? Ja, würde ich dann tatsächlich auch eher vorsichtig anwenden. Ich lasse das jetzt auch erstmal verschlossen, weil das ist ja auch noch richtig versiegelt. Dass ich das dann tatsächlich so, ich sag mal, zweimal pro Woche verwenden würde. Und erstmal würde ich vorsichtig anfangen. Hier steht zwar drauf, dass du dir das wirklich 10 bis 15 Minuten drauflassen kannst. Ich fange jetzt gerade mit PHA wieder an, mit den chemischen Peelings. Und dann lasse ich das erstmal so zwei Minuten für eine Woche einwirken. Und wenn meine Haut das schon so gewohnt ist, kann ich auf drei Minuten steigern und so, ne? Und dann immer wieder schön runterwaschen. Das steht hier aber auch drauf. Ein schönes chemisches Peeling. Und jetzt ist auch die Zeit der chemischen Peelings. Holt sie wieder raus, Leute. Aber am nächsten Tag schön Lichtschutzfaktor verwenden. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Holla Di Valté. Das sind ja, glaube ich, nur Originalgrößen hier. Das ist ja richtig geil. Some By Me, auch eine Marke, die ich sehr, sehr positiv kenne. The Positive Changes and Miracles to Your Skin. New Clinical Solution. Give Clinical Results with Clean Ingredients. Oh, sehr schön. Soll beruhigen, das Oil Control Gedünsen machen, ne? 150 Milliliter. Das ist ja aber auch wieder chemisches Peeling. AHA, BHA und PHA. Das ist ein Miracle Toner. Puh, also da bin ich jetzt super vorsichtig, weil ich glaube, dass das für meine Haut ein bisschen zu viel ist. Ich hatte das schon öfters mal, dass ich so Kombinationssachen hatte. Muss ich vorsichtig mit sein. Das kommt immer drauf an, wie die Sachen aufeinander so balanciert sind, ne? Normalerweise gibst du dir ja einen Toner sowohl morgens als auch abends nach der Gesichtsreinigung auf dein Gesicht, um da halt den pH-Wert so ein bisschen auszubalancieren. Vor allem ist das ja auch noch mit 2% Niacinlamiden in Kombination. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und Teebaumöl ist ja auch scheinbar mit drin. Also das ist halt wirklich eher sowas für Mischhaut oder für ölige Haut. Generell, wenn ihr so Skincare neu in Adventskalendern habt, ne? Ich meine, sowas ist super verführerisch. Macht das nicht von jetzt auf gleich. Lasst das vorsichtig und langsam in euren Prozess, in euren generellen Pflegeprozess mit einschleichen. Wechselt nicht von jetzt auf gleich das Produkt auf das neue Produkt, ne? Gewöhnt die Haut ein bisschen dran. Gerade wenn wir jetzt so von der Sommer- auf die Winterpflege umstellen, ist das sehr, sehr häufig, dass Haut aus eskalieren kann, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Auch hier eine Marke, die ich kenne. Purito. Sehr schön. Galacto Niacin 97 Power Essence. Da sind 5% Niacinamide drin. Und 92% von Galactomyces Fermentfiltrat. Läuft. Softening, Smoothing, Balancing and Uneven Skin Tone. 60ml. Ja, das ist ein Serum, würde ich sagen. Niacinamid Serum. Also ich würde jetzt alle Produkte, die ich hier auf dem Tisch stehen habe, niemals in Kombination verwenden. Aber wie gesagt, da ist meine sensible Haut, die halt ruft, ne? Lasse ich auch zu, weil ist hier auch noch verschweißt und ich kann es jetzt nicht unten öffnen, ne? Denn einen Großteil der Adventskalender gebe ich ja auch immer weiter. Dann macht das relativ wenig Sinn, wenn ich die ganzen Packungen aufreiße. Finde ich für mich persönlich aber sehr, sehr interessant. Ja, ist gut. Der 5. Dezember ist ein Tag vor Nikolaus. Und das sieht größentechnisch auch schon wieder richtig gut aus. Und zwar haben wir hier Thoriden Cellmazing Brightening Ampoule. Brightening Blemishing Toning. Ein Vitamin C-Komplex mit 30ml ist hier drin enthalten. Ja, finde ich auch sehr interessant. Würde ich dann eher so morgens verwenden und die Niacinamide dann eher abends. Ach ja, du kannst es nicht öffnen. Das haben die echt bewusst gemacht. Das finde ich super schade. Weil ich würde euch ja schon ganz gerne zeigen, wie das so aussieht, ne? Ist halt blöd, wenn ich das dann weiter verlose oder so. Dann wundert sich die Person, Mensch, warum hat Claudi das denn schon aufgemacht? Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt schade. Ampoule ist halt meistens ein Indikator dafür, dass du hier quasi ein Zwischending zwischen einem Serum und einer Ampoule an und für sich hast. Also ich würde es jetzt zum Beispiel bei meiner sehr trockenen Haut auch gerne in Kombination mit einer Hyaluronsäure verwenden. Das heißt, ich würde erst diese Ampoule-Geschichte drauf machen. Das ist ein bisschen flüssiger dann, ne? Und da drüber dann tatsächlich noch ein Serum. Aber das ist halt wirklich, ne? Skincare auf einem höheren Level. Aber ich glaube, wenn wir Style-Warner-Adventskalender-Käufer sind, dann sind wir auch ein bisschen mehr im Skincare-Game drin, oder? Oh, der 6. Dezember ist ziemlich schmal. Oh, süß, dass die hier auch Krüppepapier reingemacht haben. Hier haben wir zwei Stück von diesen, da habe ich auch noch welche von, Glutathione Niacinamide Sheetmasks drin. Das ist von APLB und da sind milde Inhaltsstoffe drin enthalten. Lipo-Gluta-Glutaniac-Cen, keine Ahnung, das, ne, Niac-Cen, Niacinamide, keine Ahnung, das ist sehr abgefahren. Dann Calming, Soothing, Brightening, Moisturizing, Tightening, das ist halt eine Niacinamid-Maske. Sowas kann ich auch immer sehr gut gebrauchen. Schön, dass wir zwei Stück davon drin enthalten haben, ne? Das mag ich doch. Ja, sowas gerne abends. Das gleicht so ein bisschen den Hautton aus, dass du dann halt die Pigmentflecken, also die Sonnenschäden, ne, so ein bisschen aufhellen kannst. Und gleichzeitig dann auch die Möglichkeit hast, so Pickel mal ein bisschen, ja, verschwinden zu lassen, wie auch immer. Interessant übrigens auch, dass wir diesen Adventskalender bislang halt auch wirklich genau in seiner Routine aufgebaut haben, oder? Hier steht es übrigens auch im Kläppchen, ne? Tag 1 bis 12 ist die Skincare-Routine. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil und wer reden kann, noch mehr. Ja, okay, der 7. Dezember wird dann wahrscheinlich uns weiter durch unsere Skincare-Routine führen. Ja, sehr nice, jetzt habe ich es auch verstanden. Schön, hat nur ein paar Tage offensichtlich gedauert. Das ist eine Augencreme. Riedl Shot Lifting Eye Cream mit 15 Millilitern. Ziza und Hyaluron. Daily, das ist voll was für mich, weil hier haben wir halt dieses Tigergras drin, also Ziza, ne? Und Hyaluron. Ziza ist so reparierend, da wälzen sich ja die Tiger drin in der freien Natur, wenn die halt wundern. Und Hyaluron ist feuchtigkeitsspendend. Das kann ich euch zeigen, der ist nämlich unten noch offen. Und das finde ich richtig toll. Ich verwende auch gerne Augencremes. Das ist wirklich so ein, gehört immer in meine Routine-Ding, ne? Sieht auch sehr, sehr crazy, spacey aus. Sowas mag ich auch, ne? Wenn die Verpackungen einfach auch ein bisschen abgefahrener sind. Da bin ich gespannt drauf. Schön. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nach der Augencreme verwenden wir welches Produkt? Eine Tagescreme eigentlich, ne? Oder Isntree. Sehr schön. Da haben wir ernsthaft Onion-Extrakt, Zwiebel-Extrakt drin. Blemish Care Protects Barrier. Onion New Pear Gel Cream. 50 Milliliter. Das ist crazy. Ich habe ja schon viele Inhaltsstoffe, Wirkstoffe, wie auch immer, in Beauty drin gehabt. Aber Zwiebel? Das finde ich crazy. Hier steht auch immer ein Expiry Day drauf. Also ein Ablaufdatum. Wie gesagt, hier auch zugemacht, ne? Große Größe mit 50 Milliliter. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen mehr was für zum Beispiel Mischhaut, ölige Haut. Weil hier steht ja auch Blemish Care drauf, also dass es quasi dann ja auch gegen Rötung, gegen Pickel ist, ne? Finde ich aber schön. Und das schützt die Hautbarriere. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Großes freuen. Round Lab. Das ist interessant. Birch Juice Moisturizing Sunscreen. Also das ist mit Birkensaft. Ein feuchtigkeitsspendender Lichtschutzfaktor. Okay, wenn man eine Mischhaut hat, dann kann man den auch noch über die Creme drüber geben. Ja, ich könnte den generell gut drüber geben. SPF, also Lichtschutzfaktor 50 plus PA plus 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 plus. Das ist einmal dieses hier. Und sowas finde ich total super. Ich verwende immer Lichtschutzfaktor. Also morgens, egal welche Jahreszeit. Ich finde es super wichtig. Das sieht auch sehr hübsch aus, muss ich sagen. Ein, also koreanischer Lichtschutzfaktor ist generell auch immer sehr, sehr gut. Bitter Skin, Bitter Round. Die sind, also finde ich persönlich, ne? Die sind super in Kombination mit Make-up. Und du kannst da echt eine gute Menge von auftragen. Es macht einfach Spaß. Und du merkst, dass die Koreaner einfach, was Beauty-Produkte angeht, sehr oft einfach so ein paar Schritte voraus sind. Ich meine, wo sieht man in deutscher Kosmetik mal Birkensaft oder Zwiebeln? In irgendwelcher Kosmetika. Auch in der Nummer 10 wird es mit Skincare weitergehen. Hier denke ich, dass wir jetzt auch mal eine Nachtcreme drin finden werden. Weil das ist ja, ne? Die Skincare-Routine. Aber dann sowohl Tag als auch Nacht wahrscheinlich. Hier habe ich drin, äh, äh, Aromatica Rosemary Root Enhancer. Ne, das ist für die Kopfhaut, Leute. 100ml sind hier drin. Und den habe ich, oder weiß ich nicht, habe ich den oder habe ich das als Kopfhaut Peeling? Kommt mir nämlich gerade sehr bekannt vor. Ne, das habe ich in der Tube als Peeling. Das ist ja interessant, ne? Und damit soll man dann, äh, mit Rosmarin entsprechend dann die Haarwurzeln behandeln können, damit da dann wahrscheinlich einfach auch das Haarwachstum ein Stück weit angeregt wird. Das finde ich nice. Für eine jugendliche Kopfhaut ist irgendwie auch eine ganz interessante Bezeichnung, ne? Ich habe jetzt nicht so viele Falten auf meiner Kopfhaut hier. Aber steht da ja, dass es nur die Day-Routine ist, nicht die Night-Routine. Und da steht auch nichts, dass es nur sich auf das Gesicht bezieht. Mal gucken, was uns jetzt am 11. Dezember erwartet. Die Essisch-Labs-Zahlen. Klar, die Lippenpflege darf nicht fehlen. Das finde ich auch gut so. Tokobo, Vitamin E, Jojoba-Samenöl und so weiter und so fort. Ein Vitamin-Nourishing-Lipworm mit 3,5ml. Das stimmt. Morgens trage ich auch immer schöne Lippenpflege auf. Trage ich auch abends auf. Trage ich nachts auf. Trage ich immer mal wieder zwischendurch auf. Und das sieht sehr hübsch aus. Erinnert mich ein bisschen an so eine Beigabe, wenn man halt bei einer Apotheke was bekommt. So vom Look and Feel, sage ich jetzt mal dazu. Da hatte ich auch Sternchen drauf. Das finde ich sehr hübsch gemacht. Avocadoöl ist da auch noch mit drin. Ist aber sehr geruchsneutral, ne? Und das ist halt bei koreanischer Beauty sehr häufig, dass die Produkte nur nach Produkt riechen, nach nichts weiterem, nach keinen Parfümstoffen oder so. Hier steht auch drauf, dass es ein veganes Produkt ist. Wie oft kann man Produkte in einem Satz verwenden? Das Wort. Und am 12. Dezember haben wir dann das Ende unserer Morgenroutine. Was ist dein Ende der Morgenroutine? Bei mir wäre es tatsächlich auch schon der Lichtschutzfaktor gewesen. Hier ist es ein, ach, auch praktisch. Den kannst du dann mit in der Handtasche nehmen. Ein Abib Airy Sunstick. Ich glaube, die sind auch super viral gegangen. Smoothing Bar Broad Spectrum SPL 50+. Das soll 80 Minuten wasserresistent sein. Sehr schön. 23 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist halt so ein Ding, den man angeblich auch über Make-up tragen kann. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also, nee, glaube ich jetzt eher weniger. Ja, das ist auf jeden Fall hier das Ding, was ich halt echt öfter schon bei Social Media gesehen habe. Das hat man dann irgendwie mit in der Handtasche mit und kann das für To-Go mitnehmen. So, wie geht's jetzt weiter? Kläppchen 13 bis 20 Evening Make-up. Oha, ich bin gespannt. Das dürften dann ja so ziemlich die interessantesten Kläppchen für mich ganz persönlich sein. Die Nummer 13. Und eigentlich habe ich ja mit Daltan auch meine Skincare-Routine soweit gefunden. Da kommt übrigens auch bald eine Codenummer, by the way. Artless Glow Base mit Lichtschutzfaktor 50+, PA+++, also nur drei Plusse. Von Heimisch ist das. Noch ein Lichtschutzfaktor. Ist jetzt der dritte. Also, wir haben jetzt sehr viele in Folge bekommen. Den sollst du dann wahrscheinlich auch sehr gut unter Make-up tragen können. Also, sonst hätten die den ja nicht in den Bereich des Abend-Make-ups reingemacht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich einen Lichtschutzfaktor abends, wenn ich abends rausgehen würde, nicht verwende. Also, wenn ich mich für eine Party schminke, dann verwende ich keinen Lichtschutzfaktor, bin ich ehrlich. Auch wenn hier steht, dass es eine Glow Base ist, der halt auch in dem Sinne dieses Brightening und Anti-Wrinkle noch mitgeben soll. Ja, brauche ich das jetzt nicht so unbedingt. Nee. Also, das werde ich wahrscheinlich auch mal in Anwendung nehmen, weil ich das sehr interessant finde. Aber jetzt nicht unter Make-up für abends. So, wir haben jetzt zwei Lichtschutzfaktoren drin. Ganz ehrlich, lieber Adventskalender, das reicht. Nicht, ne. Mehr brauchen wir definitiv nicht, weil ich brauche eigentlich immer nur so drei maximal von einer Sorte. Weil so hat man auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, drei verschiedene von einer Sorte so auszuprobieren. Die drei verschiedenen Lichtschutzfaktoren, um zu gucken, was einem auch selber gut gefällt, ne. Das ist, weil nicht jeder passt zu jedem, zu jeder Hautpflegeroutine. Hier habe ich jetzt den 14. Dezember. Und ich möchte Make-up, Leute. Moist Ampoule Blusher von HUH. 20ml sind hier drin. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Den habe ich aussortiert. Hm. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Das ist die Farbe 03. Denn ich habe den leider auf meiner Haut nicht gesehen. Das war echt so ein kleines Problem. Auch wenn der super viral gegangen ist, ne. Viele finden den super. Der hat auch eine sehr, sehr schöne Verpackung. Die ist auch so ein bisschen milchig. Ich glaube, das ist auch sogar aus Glas. Aber bei mir hat das echt nicht funktioniert. Und ich bin ja sehr, sehr hell. Ich habe den nicht so wirklich gesehen. Deswegen hatte ich den aussortiert. Der 15. Dezember. Süß. Moot Up von The Sam. Habe ich ein Duo Eyeshadow. Das ist natürlich, wenn man einen schnellen Look machen möchte, eine schöne Sache, ne. Also für mal eben so schnell ist das echt gut. Oh ja, das sind aber auch echt tolle Töne, Leute. Sehr aschig. So schaut das einmal aus. Und das ist ein matter Ton und ein schimmerton. Und genau sowas kann ich mir auch echt gut für einen Look vorstellen. Das in Kombination mit einem Highlighter habe ich persönlich für mich schon einen Look. Also ich habe heute ja auch einfach nur so einen gräulichen Ton quasi in meine Lidfalte gegeben. Hier außen noch ein bisschen mehr aufgebaut und auch in den unteren Wimpernkranz gegeben. Dann habe ich mir auf mein bewegliches Lid einen Schimmerton gegeben. Und in den Innenwinkel einfach den Highlighter, den ich auch trage. Fertig, ne. Also das ist halt auch eine super easy peasy Kiste. Und genau das könnte ich dafür halt auch verwenden. Ich habe das halt in super vielen anderen Paletten schon da. Aber ich glaube, viele freuen sich darüber, weil das ist halt echt total reisefreundlich, ne. Der 16. Dezember. The First Pen Eyeliner von Mercy. Okay, äh, ja, interessant. Auch das scheint eine Originalgröße zu sein. Ich glaube, das ist ein kompletter Full-Sizes Adventskalender, was es bei dem Preis aber auch sein sollte, ne. Oh, nice. Und der ist vor allem auch einfach mal braun. Der passt sehr, sehr schön zu dem, ähm, ja, Duo-Lidschatten, oder zu dem Lidschatten-Duo, den wir jetzt ja auch drin hatten. Und, äh, so ein schönes Schokobraun, ooooh, mit einer wunderschönen Pinselspitze. Leute, Leute, sowas liebe ich. Also das ist meine absolut präferierte Form von Eyelinern. Und den jetzt noch in einem schönen Braun, finde ich klasse. Den, also den werde ich, äh, mal ausprobieren. Finde ich super. Ich liebe Eyeliner, ich trage immer Eyeliner. Ja, ohne Eyeliner fühle ich mich einfach nicht komplett. Der 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Wen haben wir denn hier? Tint. Cosnori. Ein Tint in der Farbe 01. Okay. Ne, es ist nicht Tint, es ist Tinting. Ah, wahrscheinlich so ein Lipptint, ne. Sowas, äh, ist ja auch super beliebt in Korea. Das hält richtig lange auf den Lippen. Oh, das ist eine Mascara. Es ist eine Mascara. Okay. Da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, muss ich gestehen. Weil die asiatischen Mascaras, die halten so gut. Meine Güte. Da muss man echt immer arbeiten, um die runterzukriegen. Riecht nach nichts. Sieht super spektakulär aus. Es hat ganz, ganz, ganz feine Fasern hier drin. Auch diese Wurmform finde ich sehr interessant. Vielleicht macht das, wie der Name ja schon sagt, dass die Wimpern auch eingefärbt werden. Das würde ich hart feiern. Sowas mag ich, ne. Muss man nur aufpassen, dass man das auch ordentlich abschminkt, denn ansonsten färbt das noch ein bisschen mehr mit ein. Schön, dass wir eine Mascara drin haben. Echt. Also das stimmt ja auch ganz gut mit dem Abendmakeup, ne. Kriegen die ganz gut voreinander hier. Und das ganz ohne irgendwie im Aufenschlips zu treten, was jetzt verschiedene Hauttöne angeht. Mag ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Oh, ich glaube, das habe ich sogar in groß. Das ist total super. Und zwar ist das nämlich das Skinfood Peach Cotton Multi-Finish Powder. Hier sind 5 Gramm drin enthalten. Und ich habe das tatsächlich da. Ist meinst du noch haltbar? Steht nicht drauf. Bestimmt. Also hier sind auf jeden Fall 5 Gramm drin. Und das finde ich mega geil. Mega geil. Also Puder siehst du so selten in Adventskalendern. Ich zeige euch mal meins. Bei mir kommt das nämlich hier mit so einem Puffelding. Und es ist super fein. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Also wirklich, man sieht es vielleicht, wie der Staub hier hochsteigt. Ein ganz, ganz, ganz feines, sanftes Puder. Was einfach so schön ist. Wie cool, dass sie das mit reingepackt haben. Das finde ich gerade richtig cool. Das ist nämlich auch mal irgendwann richtig viral gegangen. Und ich feiere es so sehr, dass sie das hier... Schön. Auch nicht selbstverständlich, ne? Echt. Der 19. Dezember. Oh, hier sind zwei Sachen drin. Wie cool. Ein, zwei Sachen von Unleashia. Das ist auch eine Marke, die sehr, sehr bekannt ist. Da haben wir einmal in der Farbe Nummer 4, Baby. Oh, Happy Day. Ein Lip Pencil. Oh, bist du das so passend? Wie cool wäre das bitte? Ne, das ist ein Eyebrow Fix. Das ist noch was anderes. Na, hi, Claudi. Celebrate your everyday. Das ist echt süß. Ja, und damit kannst du dir natürlich entweder den Lip Liner machen. Oder du machst dir damit halt die komplette Lippe. Und wie schön ist bitte die Farbe. Ne, das mag ich. Das ist so ein richtig schöner New Ton, der aber jetzt nicht so wirkt, als würde der mir gelbe Zähne machen wollen oder so, ne? Das, äh, ja. Ist wirklich ein Full Face. Denn hier haben wir auch noch den Shaper Pomade Eyebrow Fixer. Halleluja in Clear drin. Wenn eine Firma mitdenkt, dann passiert sowas. Und zwar sowas halt. Dass du hier transparentes Puder, transparentes Augenbrauengel, Mascara, einen dezenten Eyeliner, dies, das Ananas drin hast. Und diese Umverpackung von Anishia fühlen sich richtig gut an. So schaut es aus. Meine Güte, finde ich das gerade toll. Ja, merkt man kaum, ne? Feier ich wirklich sehr. Okay, da haben wir halt wirklich, ähm, so ein, ja, so ne, so ne... Wie nennt sich diese Konsistenz? Es ist nicht gelig. Es ist so cremgelig quasi. Warum rieche ich überall dran? Das riecht eh na nix. Ähm, finde ich klasse. Finde ich super. Will ich ausprobieren. Yay. Zwei Produkte in einer Box ist immer freundlich. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier schauen wir mal, wie dann quasi unsere Skincare-Routine abgerundet wird. Hier kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir entweder noch einen Highlighter drin haben oder dass die uns hier so ein, ähm, dass die, äh, hätte ich jetzt gesagt einen Lippenstift, aber da haben wir ja quasi den Anishia. Das hier ist ein Etude Dear Darling Water Tint. Okay, okay. Woran erinnert uns das? Wissen wir alle. Äh, in der Farbe 02, ein Water Tint. Finde ich aber klasse. Also, das kannst du dir auf die Lippen geben. Du kannst es dir auch auf die Wangen geben, wenn du möchtest. Und da ist richtig viel drin. Also, da kommst du ewig und drei Tage mit aus. Dieses Jahr sind halt diese Tints auch super viral wieder gegangen. Deswegen finde ich das auch echt cool, dass es hier mit drin ist. Auch wenn wir, nee, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht, Claudi. Also, ja, das ist ein Blush, aber das ist ja nichts für die Lippen. Und, ja, das ist ein Liner, aber, oder ein Lippenstift, aber es ist ja kein Rot. Also, nee, keine Doppelung. Das ist schon cool. In den letzten Kläppchen darf sich dann die Nachtroutine befinden. Und hier habe ich den 21. Dezember. Tier, Tier. Da kennen wir doch die Cushion Foundation. Die ist dieses Jahr so viral gegangen. Ich kann sie jetzt nicht mehr verwenden, weil, es habt ihr in den letzten Videos gesehen, es ist dann doch etwas dunkel geworden. Und das hier ist etwas ganz Interessantes. Tier, Tier Hydro Boost Enzym Cleansing Balm mit 120ml. Und da haben wir einen Reinigungsbalsam, der auf Enzymbasis ist. Da muss ich mit meiner sensiblen Haut halt einfach aufpassen, dass ich das nicht jeden Tag verwenden kann. Aber ansonsten ist es richtig nice. Das ist halt ein Cleansing Balm, der halt so schmilzt und dann auch mit pflanzenbasierten Ölen sein wird. Und mit Reisöl, auch ganz interessant. Und damit soll das halt zum einen das Make-up entfernen und gleichzeitig ganz leicht das Gesicht pielen. Wie gesagt, das kann ich nicht jeden Tag verwenden. Und das würde ich zum Beispiel als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden und danach halt was Schönes, Beruhigendes, ne, als zweiten Schritt. Macht auf jeden Fall Sinn, dass sie dann halt für morgens so einen Cleansing Balm mit rein, äh, für abends so einen Cleansing Balm mit reinpacken. Aber morgens brauche ich das jetzt eigentlich auch nicht. Ist schon crazy. Also jetzt irgendwie von Kläppchen zu Kläppchen, jetzt auch nach der Make-up-Phase, ne, verliebe ich mich immer mehr in diesen Adventskalender. Ich darf halt nur nicht vergessen, wie teuer der ist. 22 ist jetzt hier der nächste Tag, ne, zweite und letzte Schnapszahl. Was bist du denn? Medi-Cube Nightcare Collagen Night Wrapping Mask. Das ist mit Kollagen beziehungsweise mit Inhaltsstoffen, die die Kollagenbildung der Haut wieder mehr anregen. Denn ab einem gewissen Alter nimmt unsere Kollagenbildung ja ab. Das ist so ab Mitte 20. Dann ist es immer schön, wenn man quasi mit Cremes nachhelfen kann, ne. 75 Milliliter haben wir hier drin. Ich hätte jetzt gedacht, dass es, ja, halt auch, ist es eine Overnight-Maske oder ist es eine Maske, die du dir abends drauf machst und dann abwäscht? Das würde mich mal interessieren. Ne, das ist tatsächlich eine Overnight-Mask. Also du machst es dir halt quasi als letzten Schritt von deiner Gesichtspflege drauf. Das heißt, du kannst vorher halt auch ganz normal dann Serum und so weiter verwenden. Interessant, muss ich sagen. Ich verwende halt eher selten solche Overnight-Geschichten. Das hier erinnert mich so ein bisschen auch an diese, wie nennt man das denn? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Also, dass du halt deine Skincare-Routine machst. Das lässt du ein bisschen einziehen. Und da drüber dann nochmal so eine Art Öl gibst. Heißt das Slugging oder sowas? Das mache ich manchmal tatsächlich auch. Und ich glaube, dass das quasi auch genau diesen Effekt hat und gerade für super trockene Haut extrem gut geeignet ist. Also das könnte vielleicht wirklich auch was sein, was ich dann mal ausprobieren werde. Hier habe ich jetzt den 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Oh ja, die kenne ich. Das ist von Skin 1004, die Madagascar Centella Ampulle. Ja, mit purem Centella aus Madagascar. Das ist so toll. 55 ml. Eine super beruhigende Geschichte, die ich mir halt wirklich vor einem Serum noch auftrage. Also Reinigung, dann Toner, dann diese Ampulle und dann Serum und dann Nachtcreme. Augencreme auch noch irgendwie zwischendrin. Also auch die ist noch komplett zu, die sieht aber auch richtig nice aus und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Daily Care Ampulle Calming and Hydrating, also die soll beruhigen und hydratisieren. Und das eben mit dem Centella Asiatica. Das ist halt ein super Wirkstoff, der meiner Haut sehr, sehr gut tut. Aber das wäre mir nicht genug, allein das als Serum zu verwenden. Ich muss dann noch ein bisschen mehr Cabitis geben. Wobei ich das tatsächlich auch sonst morgens einfach verwenden könnte. Das wird funktionieren, weil wenn ich dann halt noch quasi nach der Gesichtscreme einen Lichtschussfaktor verwende, ist das genug für die Haut. Für uns ist der 24. Dezember Heiligabend und den halte ich jetzt hier in meinen Händen. Da bin ich gespannt. Das ist eine tolle Marke, Leute. Haruharu Wonder. Da hatte ich auch schon ein bisschen was von. Centella 4% TXR Dark Spot Go Away Serum. Genau, das sind 30 Milliliter. Auch das eher ein Serum, was man halt verwendet, wenn man schon diese Pigmentflächen hat. Und ja, wenn man schon Sonnenschäden hat. Oder halt auch in dem Sinne Pickelmale. Da kannst du halt ganz gut mit gegen anarbeiten. Ja, das ist einmal dieses hier. Und da wird halt wirklich dann offensichtlich gesagt, okay, du kannst dieses Centella nochmal nach diesem Centella verwenden. Doppeltkommoppelt hält scheinbar besser. Finde ich aber schön. Also eine ganz, ganz angenehme und hautverträgliche Marke. Das ist, das ist schön. Und in der 25 erwarte ich jetzt eine richtig geile Nachtcreme. Da habe ich hier einmal den 25. Dezember. Das Highlight wahrscheinlich von dem Adventskalender. Oh, da habe ich aktuell den, die Maske von den Anwendungen von I'm From. Das ist die Rice Cream mit 50 Gramm. Auch das eine sehr, sehr, sehr hautverträgliche Reihe von I'm From. I'm From ist sowieso auch eine schöne Marke, die meine Haut gerne mag. Und das ist auch ein schwerer Tiegel. Das merke ich hier schon. Ich kann es unten einmal aufhebeln. Da kommen wir nämlich auch mal dran. Richtig schön aus Glas und sehr hochwertig. Das ist auch kein, kein günstiges Produkt, ne? Also das ist wirklich ein ganz tolles Highlight. Und damit soll man dann entsprechend seine Nachtpflege beenden und kann damit seine Haut zu Ende pflegen. Das finde ich toll. Hier steht es auch drauf. Du kannst es theoretisch auch morgens verwenden, wenn man möchte, ne? Und ja, nur von außen verwenden. Bitte nicht essen, Leute. Nur weil Reis draufsteht, sollst du es nicht essen. Ganz interessant, ne? Was wir hier alles so an Wirkstoffen haben. Wie gesagt, wir haben Rosmarin, wir haben Zitrone, wir haben Reis hier mit dabei. Das ist so spektakulär. Also wenn man das halt irgendwie mal jemandem erzählen würde. Wir haben hier auch viel sich, ne? Auch wenn er nur drauf ist. Der sich halt so gar nicht mit Skincare auskennt, würde er auch sagen, da hast du einen Obstsalat gemacht. Oder willst du was kochen? Ihr merkt es an meiner guten Laune. Ich habe hier wirklich einen richtig guten Adventskalender. Wirklich gut. Wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, das werden wir uns natürlich nochmal angucken. Denn ich habe online nicht gesehen, was hier der Wert sein soll. Weil, wie gesagt, mit meinem Code könnt ihr, also in 10 Claudi, das ist jetzt kein Affiliate-Code und auch kein bezahltes Video. Ich habe ihn einfach nur im PR zugeschickt bekommen, ne? Da könnt ihr halt einfach nochmal 22% drauf sparen. Und das soll laut StyleWarner auch ein mega guter Vorteil für euch sein. Und einer der höchsten Rabattcodes, die die überhaupt rausgeben können. Und ich finde schon, wenn ich mir das hier auch angucke, für 160 Euro ist das ein richtig geiler Adventskalender. Ich glaube, du hast hier keine einzige Mini-Größe drin. Ich glaube, das sind alles Full Size. Ich glaube auch, dass das Puder, so, auch wenn es Mini draufsteht, so verkauft wird, ne? Und ich glaube wirklich, dass man hier seine Freude mit hat. Also da kann ich echt verstehen, weswegen viele von euch mir geschrieben haben, dass sie den halt so hart feiern. Aber der muss auch tatsächlich für den Preis genau das beinhalten, oder? Es ist ein durchdachter Adventskalender mit einer Morgenroutine, mit einer Abendroutine, mit einem Make-up mit dabei. Und man muss halt schon so ein bisschen gucken, welches Produkt zu einem passt und sollte nicht wild alle Produkte miteinander verwenden. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass die halt auch das AHA, BHA und PHA in den Morgen gelegt haben. Also das hätte ich wirklich eher in die Abendroutine gepackt, um halt niemanden zu verwirren, ne? Aber es ist ein schöner Adventskalender. Gar keine Frage. Ich finde den toll. Und wir hatten schon so viele Enttäuschungen, auch in dem Preissegment. Das muss man ja wirklich nochmal an dieser Stelle erwähnen, ne? Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und vermisst ihr irgendwas oder wie auch immer. Was feiert ihr besonders? Das ist wahrscheinlich die Teilnahmebedingung für das Gewinnspiel. In die Kommentare zu schreiben, was euch am meisten hiervon gefallen hat. Und ja, dann wäre es das hier schon wieder von mir gewesen. Mensch, wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.